Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Rocket League, ja. Und Rocket League und zwar mit dem neuen Spielmodus Rülp. Ja, Rülp. Okay, und wie ihr seht, es geht gerade schon kräftig zur Sache. Und man hat halt jede 10 Sekunden eine neue Spezialattacke. Und wir haben das erste Tor gemacht. Okay, ähm, dann würde ich mal sagen, schießen die nicht direkt den Tor bei uns. Das ist schon mal sehr gut. Und gleich benutze ich meine Spezialfähigkeit. Eins, und? Komm, 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 komm. Komm, Gegner, in meine Nähe. Ich weiß nicht genau, was das hier macht. In etwas mit Blitz, also ich habe erst zwei Runden gespielt mit dem neuen Spielmodus. Oh, die Gegner haben ein Tor geschossen. Und, ähm, nicht wundern, wenn ich die Replays rausschneide. Weil, ähm, das ist ja etwas langweilig das Tor, das gleiche Tor etwa zweimal zu sehen. Deswegen schneide ich die Replays einfach immer aus. Ja. Ja. Oh, das war cool. Das ist eine coole Attacke. Okay. Ich gehe mal etwas weiter weg. Vier. Und unten rechts seht ihr, wie viele Sekunden es noch dauert. Was ist das? Was ist das? Oh, lol. Der Ball. Der Ball ist, äh, in meine Richtung gekommen. Ich hatte einen Enterhack. Alter. Ich so krass einfach nur. Das war eine coole Idee. Boom. In your face. Zack. Okay. So, und, 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 und. Und, komm, geh rein, geh rein. Ah. Y���. Oh. War das ein coole historisch. Oder war das ein coolefteslustraus? Schau dich das ab. Das schneide ich nicht aus. Zack. Belebelelele. Und, drin. Uhuhu. Uhuhu. Just believe in his back. Oh, das war nice. Okay, zwei, eins. Jetzt müssen wir nur noch verteidigen. Quasi. Für das wir, also uhr nur noch auf Zeitspielen verteidigen. Wenn wir dann sagen möchte. Okay, ok. das war ja mal kuhn eingesetzt ich bin daneben gehen wir dorthin und das war cool wir haben den magneten sieht der magnet kommt bei mich der ball kommt bei mich jetzt so voll geil und ich habe den gegner voll weggekickt ich habe meinen kameraden leute habt ihr das gerade gesehen ich habe meinen ich habe mein team kam 1 2 3 ich habe meinen team kameraden angeschubst und das war gerade etwas komisches geräusch jetzt habe ich die stacheln der ball klebt an mir wenn ich die stacheln habe ok sorry leute das war 5 1 noch zwei minuten ist auf jeden fall ein cooles match ist nicht langweilig würde ich mal sagen ich habe den ball an mir ich habe den ball an mir ich muss jetzt schauen wie geil wie geil leute schaut euch das an schaut euch das an ha 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 dicker sorry leute aber es ist einfach so krass ah wie cool das war gerade etwas nice ok moin bus ok auf den ballern wir ah nein das ist der teleporter ok da war gerade nicht gut aber egal aber egal wir haben so viel sowieso so ok boom ah nein das ist der saugnopf der zieht den ball ja an mich ran von mir weg und 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 es ist einfach 7 1 7 1 das ist wie brasilien und deutschland in 2014 da war das halbfinale ich glaube das war halbfinale oder 7 1 komm das müssen wir halten keiner darf ein tor reinmachen brasilien das ist deutschland ok so zack 7 1 7 1 komm keiner darf ein tor machen es ist 7 1 das muss jetzt einfach bleiben ich versuche kein tor zu schießen aber die gegner dürfen auch kein tor schießen ok 35 sekunden komm das halten wir nein kein tor schießen kein boah den ball hab ich gut geblockt auch wenn es etwas komisch ist das eigentlich muss ich NEIN NEIN 21 sekunden noch das ist ein bisschen viel also boom ok ok und das spiel ist wenn der reingeht ja und wir haben nein komm kein tor leute muss das jetzt sein ok leute das spiel ist äh abgestört ok leute das spiel ist dann würde ich mal sagen einfach mal tschüss wir haben gewonnen und deswegen tschüss tschüss das spiel ist 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 es das spiel ist